so was haben wir hier jetzt keiner benutzt wird keiner mitgenommen welches iphone möchte sie haben ja alles ja eben aber ich habe ich habe nur die 64 erweitern bei mehr brauche ich nicht und das ipad ist auch nur 64 das ipad ist auch nur 64 18 minuten muss ich jetzt erwarten kam auch nicht wirklich nur farm spielen ich hoffe mal dass das reibungslos funktioniert mit der esen das bin ich echt traurig das bin ich echt traurig weil ich war gestern abend war ich sehr am boden zerstört als es dann nicht aber wahrscheinlich muss ich noch wieder fünf tage warten die erfe der johne baue ich jetzt nicht so schnell alles verkaufen und dann spielen wir ein zwei drei runden so du vergisst mich nicht im diskon hast du mir jetzt eigentlich ein friend request geschickt wir können nicht schreiben ohne friend request wieso hast du mir eigentlich schickt ist dein gesicht schmaler geworden was hast du getrieben ganz viel sport ich bin seit einem halben dreiviertel jahr mal sport versuchen mich ein bisschen gesünder zu ernähren hey polt ich grüße dich maßlich grüß dich auch moin aber 1 eine sache muss ich gleich mal kritisieren apple pay funktioniert nicht mit jeder bank das finde ich scheiße und apple lässt doch nicht zu dass man mit google hey dass man google pay installiert das finde ich nicht schön da muss ich ganz ehrlich sagen da war ich sehr enttäuscht gestern weil sehr sehr wenig banken nur funktionieren das bin ich nicht gut auf er so eine pizza wenn ihr mal da war ich sehr sehr enttäuscht gestern muss ich sagen weil ich bin nämlich so ein ganz großer freund von kontaktlosen zahlen mit dem handy das liegt aber nicht an apple eher an den banken aber warum kann google das machen klautzen bei google kannst du was alles reinhämmern das ist komisch aber ich bin also ich bin wirklich begeistert außerhalb von der sim karte muss ich sagen dass ich scheiße ich werde euch davon berichten von meinen erfahrungen aber ganz ehrlich ich sag ich sag das jetzt mal wirklich klipp und klar raus kauft euch die scheiße nicht das wird zu teuer das viel zu teuer kauft das nicht das teuer der zieht es aber im hohen sack sag ich euch ah feels good man hi also was super switch run is not a crime moin sen moin moin ich glaube das hat er sich auch anders vorgestellt nicht ация aber Même irg eh Mesmer es aber es ist minut es es Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Und wieder NEN Monat mit 80er Körnung. Das war's für heute. 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 Danke für die qualitativ sehr hohe Unterhaltung. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay. Moin, Nils. Und wieder ein Monat mehr Road to 30 und danke für immer noch die beste Unterhaltung, seit es die Bocca mit Zenith gibt. Weiter so. Damn, Ivan. King Kong Louis, danke schön für 26 Monate und die netten Worte. Vielen Dank. So, wie, danke schön auch an dich für zwei Monate. Du hast da Rubel übersehen, die Zähne. Hanna Tecker, danke schön für 60 Monate. Porto, danke schön für sieben Monate. Ähm, Monte Cristo, danke schön für 27 Monate auch an dich. Äh, it's me, it's me, Ola? Oh. Guck mal, sehen wir, was er dabei hat. Der olle Bub. Hmm. Hmm. Komm, baby, give daddy some lovin'. Oh man, let's go. noch mehr wird es wohl nicht werden moin moin dicey du musterbeispiel eines mannes angry 2 herz den dankeschön für 51 monate vielen lieben dank blabber dankeschön für 16 ja i could do that but actually i'm fine with it i don't want to get slower from the best awesome ahoi ihr schnipzel so okay 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 ping ping thorax boy gg 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 gg